Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu den SRKTV Nachrichten. Ja und heute nur mit einer Meldung, denn seit einigen Tagen scheint ein Thema die Sanitärbranche gleich zu Jahresbeginn aktuell besonders wieder zu interessieren. Welche Auswirkungen hat das Grohe Do-Yourself Sortiment Grohe Quickfix nun tatsächlich für den professionellen Vertriebsweg und vor allem für das Fachhandwerk? Hier in unserem Studio gibt uns kurzfristig Alexander C., Geschäftsführer der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Antworten auf diese und weitere Fragen unseres Chefredakteurs Nikolaus Klein. Ja Herr C., erstmal vielen Dank, dass Sie heute hier ins Studio gekommen sind, kurzfristig, um uns unsere Fragen zu beantworten. Zum Thema der Stunde könnte man sagen, Grohe Quickfix. Warum war es nötig, direkt gefragt, wie hat solch ein Programm nochmal differenziert für den DIY-Markt, für Onlinehandel an den Markt zu bringen? Hallo Herr Klein erstmal von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung. Ich fange nochmal ein bisschen vorne an. Im letzten Jahr haben wir mit einer überarbeiteten Vertriebsstrategie die Angebote für unsere unterschiedlichen Marktsegmente neu strukturiert. Darauf basiert die Strategie auf einem, ja ich sag mal, differenzierten, zielgruppenorientierten Ansatz. Das heißt für uns, für jede Zielgruppe, jeweils die zugeschnittenen Produkte und Services, die über unterschiedlichen Kanäle kommuniziert werden, eben auch anzubieten. Verbraucher, die eine einfache Renovierung oder den Austausch einer Armatur selbst durchführen möchten, finden mit unserem neuen Grohe Quickfix Sortiment genau die passenden Produkte. Neben den Quickfix Produkten liegt ein weiterer Fokus auf unserem Grohe Professional Portfolio, mit dem wir dem Fachhandwerk ein maßgeschneidertes Produktsortiment und eine echte Möglichkeit zur Differenzierung bieten. Die Installateure sind und bleiben unsere wichtigsten Partner. Das habe ich in der Vergangenheit sehr stark betont und dazu stehe ich auch heute noch. Gerade mit unserem Meisterwerkerprogramm bieten wir ein umfangreiches und wirklich bedürfnisausgerichtetes Programm für die Installateure. Dazu gehören die intensiven Betreuungen auf der einen Seite durch unseren Außendienst, aber auch die Verkaufsunterstützung durch Produkte oder Montagevideos, sowie auch, wo ich wirklich sagen muss, wo wir stolz drauf sind, auf maßgeschneiderte Trainings unserer Meisterakademie, die wir online und eben aber auch digital anbieten. Es ist ja keine Frage, ich glaube, es ist auch keine Neuigkeit, aber Grohe Armaturen, auch Armaturen anderer Mitbewerber sind ja im Baumarkt schon seit Jahren vorhanden. Warum musste man jetzt das doch ein Stück weit professionalisieren, differenzieren aus Ihrer Sicht und werden die bisherigen Grohe Produkte dann aus den Baumarktregalen vielleicht entfernt? Also ich würde es so gerne beantworten, die Quick-Fix-Produkte sind für uns natürlich erstmal der Differenzierungspunkt und sind natürlich auch die Bedürfnisse des DIYs und E-Commerce-Bereichs wirklich zugeschnitten. Aber so auch, wie unsere professionalen Produkte für den Fachhandel konzipiert sind. Beide Sortimente werden wir natürlich schrittweise auch erweitern und eben auch den Bedürfnissen weiter, die sich auch verändern, anpassen. Ja, eine Frage, die seit Mittwoch letzter Woche auf uns immer wieder kam. Verlegt Grohe das Armaturen-Austauschgeschäft jetzt verstärkt zum Endkunden, sprich die kleinen Reparaturen und solche Sachen und Sie bewerben das, schwächt das nicht, den Verkaufspunkt Fachhandwerk und wie gehen Sie da in die Argumentation? Für uns ist einer der wichtigsten Themen, Quick-Fix richtet sich an Personen, die kleinere Sanitärarbeiten ohnehin selber durchführen würden und die Materialien schon jetzt typischerweise im Baumarkt kaufen. Dieses Geschäft geht somit nicht zu Lasten des Fachhandwerks. Das muss man eben auch verstehen, dass der Markt sich auch in den letzten Jahren dementsprechend weiterentwickelt hat. Zum Grohe-Quick-Fix-Sortiment. Neben den nun vorhandenen Produkten für Bad und Küche, wird Grohe das Sortiment weiter ausbauen in Zukunft? Und wie werden Sie das weiter differenzieren? Weil der Preis kann es ja nicht sein, wenn man die Installationskosten mal beiseite lässt. Wir werden beide Segmente, Quick-Fix und Professional, immer wieder überprüfen und weiter ausbauen und dabei auch sehr stark auf diese Differenzierung achten. Quick-Fix konzentriert sich auf einfache und kleine Renovierungsarbeiten, zum Beispiel den Austausch einer Armatur. Mit Professional-Produkten bieten wir dem Fachhandwerk ein maßgeschneidertes Produktsortiment und eine echte Möglichkeit zur Differenzierung an. Und ich kann Ihnen versichern, ergänzend werden wir die Angebote unserer Fachpartner durch weitere Services, wie beispielsweise umfangreiche Schulungen, das, was ich eben schon mal angeerwähnt habe, Produkt- und Montagevideos, praktische Online-Formate und vieles, vieles mehr. Da ist also ganz klar auch für die nächsten Jahre die Ausrichtung drauf. Unser wichtigstes Ziel ist und bleibt, den Arbeitsalltag der Fachpartner zu erleichtern und Ihnen wirklich dabei auch zu helfen, Ihr eigenes Geschäft zu stärken. Und genau dafür wurde unsere neue Vertriebsstrategie auch entwickelt. Abschließend, haben Sie mit diesen Reaktionen seitens der Branche so in der Form gerechnet? Gibt es vielleicht, Sie haben ja einige Argumente genannt, doch das Argument für Coe Quick-Fix, das Sie noch mal mitteilen möchten? Herr Klein, zusammengefasst möchte ich noch einmal betonen, dass unsere neue Vertriebsstrategie von Anfang an wirklich für uns der Mittelpunkt gewesen ist, auch das Fachhandwerk zu stärken. Umso mehr bedauere ich, dass uns offensichtlich noch nicht gelungen ist, die Vorteile, die diese neue Vertriebsstrategie für das Fachhandwerk tatsächlich hat, hinreichend zu erklären. Vor diesem Hintergrund hat uns die Reaktion und in der Tat wirklich überrascht. Und wir bedauern, dass insbesondere unsere Kampagnen-Video für Coe Quick-Fix falsche Signale in Richtung des Fachhandwerks gesendet hat. Es war keinesfalls unsere Absicht, die Leistung unserer Partner herabzuwürdigen. Und deswegen nehmen wir auch die Kritik aus der SAK-Branche sehr ernst. Daraus resultierend haben wir uns auch entschieden, die Kommunikation noch mal kritisch zu überprüfen. Und das Video, was wir gerade draußen haben, werden wir in der vorliegenden Form in der DACH-Region Zukunft nicht mehr zeigen. Das heißt also wirklich, hier weiter auch diesen Dialog zu suchen mit dem Fachhandwerk, ist ein wichtiger Punkt. Wir werden das intensivieren und unsere Aktivitäten definitiv auch ausbauen, um auch zukünftig ein wirklicher verlässlicher Partner zu sein. Herr C., vielen Dank, dass Sie uns heute hier, wie gesagt, kurzfristig zur Verfügung standen. Ich denke, die Kommunikation geht weiter. Sie haben es ja angedeutet. Und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder hier im Studio sind, vielleicht dann mit angenehmeren Themen wie heute. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr Klagen. Vielen Dank auch. Soweit die Aussagen von Herrn C. Über weitere Meinungen und Aussagen zu diesem Dauerbrenner-Thema werden wir in den kommenden Sendungen weiterberichten. Wenn Sie uns dazu einen Kommentar direkt geben möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an die eingeblendete Adresse. Morgen geht es hier weiter mit dem zweiten Teil unserer sechsteiligen Serie Einzelarbeitgeber werden sein und bleiben. Und das ist zu sehen in der Rubrik extra hier bei SRK TV. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch von unserer heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.